Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA San Andreas. Arriba! Ja, wir haben in der letzten Folge ja ein bisschen... War das letzte Folge? 5553 Tip? Die Mission war das? Ich weiß es nicht mehr. Ah ne, wir haben in der letzten Folge hier die Baufirma vertrieben. Stimmt. Boah, ist das schon wieder dieses Kackwetter. Ich will mal kurz sowas probieren. Stimmt, in der letzten Folge haben wir ja den Vorarbeiter beerdigt. Ah, stimmt, wir konnten nämlich hier... Äh, drücke ab. Was ist denn ab? Ja, wie senke ich sie? Ah. Und jetzt voll... Oh. Noch weiter runter? Das wäre cool, wenn der wirklich kaputt gewesen würde, ne? Ja, genau! Ich treffe halt genau in dieses eine Loch da, ne? Alter, abrissbirne. Jetzt aber. Ja. Boah. Äh. Kann ich mich da drauf stellen? Ah, schade. Ich dachte, ich kann mich jetzt da irgendwie dranhängen. Naja, gut. Dann... geht's weiter. Hier liegt er drinnen. The last shiz. Los, bewege den Arsch. Move your ass. Move, bitch. Get out the way. Und... Foto-Opportunity. Gespechtet? Habe ich das gerade richtig gelesen? Gespechtet? Hat... Hat... Ah, ne, da ist unsere Karre dann weg, ne? Schade. Ich kann die jetzt nicht da dran versauern lassen. Caesar hat doch gerade gesagt, er hat die unter dem Mulhollandkreuz gespechtet? Sind ja hier ganz neue Börder, die sich ja auftun. Hallo? Fahr. Bedurst. Okay, wir sind außerhalb der Stadt. Bedurst. Boah. Es ist... Jetzt sind wir hochgedingst. Ich muss mal kurz gucken. Ähm... Da wartet er auf uns. Wie fahren wir denn da? Am besten so... Okay, geradeaus. Rechts. Hä? Voll hochgelegt hier. Und solltet wir auf Eiern fahren. Boah, 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 boah. Ich glaube hier rechts rein, ne? Ne, geradeaus. So, aus dem Weg, aus dem Weg. So, und jetzt... Nochmal geradeaus und dann rechts, okay. Oh mal, was er vor uns hat. Was für News. Ich weiß gar nicht, ist das die Mission, wo wir die Leute fotografieren müssen? Foto-Opportunity. Ich glaube, das ist die. Oh, ne Ballers-Karre. Boah. Boah. Boah, shit, 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 shit. Nein! Komm, 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 Karre. Nein, komm, bitte. Nein, das darf doch nicht wahr sein. So ein Scheiß. Oh, hab ich hier Wassergeräusche. Egal, nehmen wir den Wayfarer. Los, Oppos, mach mal Platz. Ach, da ist er ja schon. Boah. Das war knapp, das war knapp. Stattdurch jetzt vor, als hätten wir Caesar mit dem Bike überfahren. Mhm. Wie du dich raus nach Angel Pine? Hätten wir uns sicher irgendwie treffen können. Jetzt müssen wir den ganzen Weg. Bestimmt wieder An-An-An-U- Boah, nein. Okay, Leute, nee, da mache ich einen kleinen Cut. Das dauert ja jetzt ewig. Es sei denn, es hat jemand Geschichte von euch zu erzählen. Die er uns hier zum Besten geben möchte. Ach, wir sind ja nicht im Screen. Hab ich eine Geschichte? Weiß gar nicht. Was ist mein Stomach? Hm. Ja, ich hab heute frei. Also, es ist immer noch der zweite. Also, immer noch dasselbe Aufnahmesession. Alter, fahr doch mal da hoch jetzt. Boah, das kann ich noch erzählen. Hat der auch. Nee, hat er nicht. Weg da. Hehehehe. Hm. Was hat der auf dem Nummer ein Zeichen? Guck mal. Ah. El... Wie... Was? Las Venturas? Nee. Vagos for life. Ach, klar. Los Vagos for life. Ich denke, dass es Los Vagos heißt. Los? Los? El Vagos. Le Vagos? Nee. Okay. Lass die Spuren wechseln. Naja, vielleicht schaffen wir es auch so. Ohne Cut. Ach. Ey, die drücken ein. Vielleicht mal ein bisschen Radio wechseln. Nee, oder? Ich hoffe nicht, dass wir jetzt... Nein, es ist auch noch das Auto. Oh, wir machen... So. Da sind wir in Angel Pine. Endlich angekommen. Steig aufs Dach. Okay. Fotografiere das Gesicht jeder Zielperson, aber mach schnell und gehe so nah wie möglich ran. Okay. Wirst du wo? Ach, da. Ryder. Ryder. Du Schirmhund. Das Geschäft ist größer als jede Gang, ich sage. Ryder. Was ist das denn? Das ist auch jemand. Das Geschäft ist auch noch jemand. Ey, who's the Gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few Thugs puts the product. It's a serious organization. Ach, du Scheiße. Ops. Okay, wir haben leider nur Respekt bekommen. Hä, wieso setzt der uns denn hier ab? Er hätte uns mal nach Hause fahren können. Ja, ja. Kann man jetzt irgendwo speichern? Ja. Da hinten. Auf dem Platz, wo wir das erste Mal wo wir hier waren. Alter. Oh, der. Oh, what? Holy. Na komm schon. Langsamer geht's nicht, oder? Klatsch. Wieso. Wieso habe ich denn jetzt hier zweimal 555-Retip? Verstehe ich nicht. Egal. So, Kati. Jetzt müssen wir wieder zurückfahren. Oh. Zu der komischen Kringel-Mission da. Ich glaube, ich cut hier nochmal und dann sehen wir uns. Ja. Dann zunächst Mission. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt schon... Ist die Folge jetzt eigentlich schon zu Ende? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, ne. Ich glaube nicht. Gut, dann... Bis gleich. Zur... nächsten Mission. Dann, wenn wir wieder in San Figuero sind. An unserer Garage. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Und weiter geht's. Jizzy. Das ist verrückt, Mann. Was hast du genau gesehen? Ey, Mann. Mann, du hast die Flicks entwickelt. Was ist, Wolzy? Hey, Karl. Ich habe gerade erzählt, dass du... ...brother-in-Law, dass wir Freunde sind. Oh, ja? Well, look, Wolzy. Ich muss ein paar Informationen von dir, Mann. Und was genau die Leute wollen Sie wissen? Wer sind diese Putas, Holmes? Warum nicht gehen Sie mal schauen? Diese Leute? Ja. Sie sind die Loco-Syndikette. Sie sind ziemlich großartig, glaube ich. Sie sind die Loco-Syndikette. Wir haben keine Probleme mit ihnen. 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 Das ist T-Bone Mendez. Er ist die Muscle. Und wer ist das? Das ist Jizzy B. Er ist der größte Pimp in der Stadt. Er hilft uns zu setzen die Begriffe. Er ist ein Concierge, von einem solchen. Ey, dann ist er mein Weg in. Wie geht's das? Oh, Jizzy? Jizzy runs die Pleasure Dome's Club in that old Fortress, unter der Gap Bridge. Hey, good looking out, Woolsey. No problem. Don't be a stranger. Alright. Mhm. Fahr zu Jizzy's Club. Der Pleasure Dome's Club. Ach, guck mal, hä? Bitte, bitte, bitte. Ach, so, ich hab hier nicht gespeichert. Sehr gut. Dann fahren wir gleich mal mit der Karre. Also, wir haben nämlich auch eine coole Pimpkarre. Zum Pleasure Domes. Oh, das war knapp. Ich hab wahrscheinlich jetzt relativ viele geschnitten. Also, beziehungsweise als Katz gesetzt. Weil die Fahrten, die sind lang, die sind immer extrem langweilig, finde ich. Wir könnten dann eigentlich auch mal schauen. Da gibt's ja noch eine Freundin. Die heißt, glaube ich, Helena. Die wohnt hier. Warte, kann ich hier genau sagen. Hier. Oder? Oder direkt hier, eins von beiden. Und... Oh, scheiße, ich muss hier runter. Und die findet man in den Golfanlagen. Äh. Kann ich jetzt hier gerade ausfahren? Komm ich dann auch da runter? Ich bin mir grad nicht sicher. Ich fahr einseitens unten. Oh, das war sogar die bessere Entscheidung. Puh! Und da können wir dir auch mal einen Besuch abstatten. Und können die als Freundin, ne? Ups. Hinzufügen. Tschüssi. Ja. Ich habe alles. Mink sheets. Mink coats. Mink curtains in der Wind. Wenn ich nach den Stairs bin, bin ich auf dem Mink-Copper. Jetzt, wer ist das, Trigg? Ich brauche keine Freunde, Baby. All sie versuchen, mich zu holen. Na, na. Es ist nicht über sie. Es ist all über Sie, Player. Ich habe gehört, Sie war der Mann mit der Höhne. Und Sie war der Mann, ich brauchte es. Ich brauche meine Services. Say, what? Ja, Sir. Ich bin neu in town. Alles, was du möchtest, kann ich tun. Für einen Mann wie ich, mit... für einen Mann wie Jezzy B? Ja, jetzt, dass du sagst, ich habe ein wenig Problem. Ein bisschen dumm-Musik wie dich, kann man sich fixieren. Denn du siehst, ich bin Intellektion. Ahem. Bitches. Y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. Mm, mm, mm. See, I only got two eyes, and in these streets, you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? A hundred eyes everywhere. Now, some lunatic been fucking with my bitches. Motherfucker killed two last week. I want you to go find out. No problem. You're my player partner now, Jezzy. Cause I'm Rick James, bitch. Yeah, Mr. CT to the J. See that pretty young thing in my car? Stop it off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, player. Take that baby like a Pop-mobile. Tolles Wetter. Oh, der, der, der ist nicht der, ey. Setz die Werte Dame... Äh, das macht irgendwie keinen Sinn. Oh ja, wer wird aber stark gebraucht. Alles klar. Gut, dann setzen wir mal die Wärte der Arme in Downton ab. Oh. Die Karre kruppelt sich hier einen Berg hoch. Hier so gut wie jede Karre hier in dem Spiel. So, ich tic mal. Dann finden wir auch heraus, wer unsere Damen schlecht behandelt. Shut her down. Da vorne. Later. I just dropped off your girl. Church, got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player been trying to peel my holes over in Hashberry. Now one of my girls over there just eyeballed the punk. I want you to get your ass over there and ice that pretend. Okay. Zieh den Zuhälter in Hashberry aus dem Verkehr. Wo ist denn der Hashberry? Ich hab keine Ahnung. Ich fahr wieder mit dem Müll zusammen. Ich fahr wieder mit dem Müll zusammen. All right, all righty, all righty. Right there. Oh, da war wieder gerade ein Fotografierpunkt. Ich fahr wieder mit dem Müll zusammen. Oh, da war wieder mit dem Müll zusammen. Hier kommt mein Spieler und jetzt wirst du in reale trouble. Ich fahr wieder mit dem Müll zusammen. Er rettet Jizzys Mädchen. Kommt die jetzt mit? Nein! Boah! Das ist ein Kopf. Alter. Mein Herz. Jetzt sollen wir... ...wettere Mädchen retten. Gut. Äh, wohin denn? Hallo, hallo. Hallo, mach keinen Scheiß-Boy. Äh, ich fahr einfach mal hier runter. Ich hoffe, das ist zwar eine gute Idee. Okay, da vorne kann man wieder runterfahren. Schnell, 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 schnell. Und da, schnell, 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 schnell. Erledige beide Kunden. Den Trottel und den Trottel. Hab ich's? Ja. Die klaut sich das Auto da mal ab. Mr. Jizzy, der CJ. Du bist ein schlechtes Glück, Charme, Flunky. Die Frau, die du auf dem Hotel hast, will aus der Gegend. Weil der Zucker-Daddy will dich auf den Straßen wegnehmen. Niemand schläft mich auf. Du gehst deinen Scheiß zurück ins Hotel. Und du machst einen Examen aus allen. Schwing dich zu dem Hotel. Downtown. Okay. Oh cool. Wo haben wir denn jetzt die Waffe her? Ähm, okay. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber... Ich bin überrascht. Hä? Wo haben wir denn jetzt die Waffe her? Weil wir die umgefahren haben. Eben, die zwei. Die Zuhälter. Keine Ahnung. Schönes Lied. So, ich will mal einen Zapf zulegen hier. Wir nehmen die Luxusspuren ab durch die Mitte. Hinten auf dem Nummernschild. Ho to ho. Oh Gott. Boah, das ist mit diesem... Ha... Ne, was war das mit diesem... Keine Ahnung, was das für ein religiöser Typ war jetzt. Mit diesem... Boah, das war schlimm. Hallo. Boah, das ist mit diesem... Erledige den Prediger und seine Bodyguards. Okay. Scheiße, wir konnten ihn nochmal nach rechts sehen. Hä? Scheiße. Wie konnte man ihn nochmal nach rechts gucken? Ach so. Mit Kuhn-E. Oh man. Scheiße. Schauen wir es verpasst, aber. Oh, sind die schnell, ey. Moment. Bevor ich jetzt hier weitermache, ich muss mal kurz, kurz die Steuerung ändern. Die ist nämlich ätzend. Äh, im Fahrzeug, dieses nach rechts schauen, würde ich gerne mit 4 und 5 machen. Ähm. Links, rechts. Ähm, nee. Kuhn-E hier. Nach rechts sehen. Ähm. 4 und 5. Was ist das jetzt? Spezialkontrolle links. Boah. Ähm, 7. Keine Ahnung. Und da war noch was. Da muss man noch feuern dann. Feuern. Feuern. Mit STRG. Hallo? Ach so. Ähm. Feuern hier oben. STRG. Und all links. Ja, all links kann man eigentlich lassen. So, jetzt könnte ich mich hier... Oh, scheiße. Ach, die sind mega schnell. Jetzt habe ich 4 und 5 vertauscht. Nach rechts schauen. Scheiße. Das ist alles eine Mission. Das heißt, wenn wir die jetzt verscheißen, ne? Ist die ganze Mission verschissen. Gut gedeutscht. Oh, der brennt schon, der brennt schon. Uh. Was? Ach so. Wollte gerade sagen. Hä? Wer schießt denn da? Boah, wir sind so lahm. Oh. Was? Alter. Diese Drecksbahn, ne? Oh, jetzt auch noch die Bullen am Arsch. Scheiße, wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Da vorne, da vorne. Oh, 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 oh. Alter, die sind total schnell. Hm. Okay. Ja. Äh. Oh. Oh. Oh, CJ, you used to play as Radhand, baby. Oh, and by the way, that car's just come up over on APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away for me, my hoes, and my club. Ja! Ich hab zwei Sterne. Ich kann dich lenken. Ach komm, bitte! Wer schießt denn da? Hier ist eine Pimpe. Am Arsch der Welt wieder. Die nächste ist halt erst hier. Wie fahr ich denn da? Hä? Die Brüllen schießen doch nicht. Au. So, schnell in die Pimperino. Weg da. Sonne ziehe ich zu. Schnarch. Unglaublich. Okay, ähm, wir sind vorbeigefahren. Bis das macht wir rechts und fahr ich jetzt hier hoch? Wir müssen runter, wieder irgendwie. Rechts. Da. Ah, hier unten. Stimmt. Und jetzt. Oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Boah, ich schoss doch nicht aus. Dieses Spiel. Geil. Warum haben die mich denn jetzt alle angerempelt? Oh, was ist alles rum? Da. So, jetzt muss man hier, glaub ich, rein, ne? Ja. Meine Güte. So. So. Boah. Haben wir's jetzt endlich mal. So. Gut, dann haben wir's dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Und... Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Oh, es ringt, ringt? Hey, wassup? Hey, Carl, it's Woosie. Hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Yeah, for sure. Where you at? I own a little bedding shop in Chinatown. Just come round and introduce yourself. My people will be expecting a visit. It's a plan, man. Later.